Hola chicas und herzlich willkommen zuletzt bei Pokémon Y. So, wir sind gerade hier bei der geilen Route, wo überall schön Sand ist uns ein Kack. Hier kommen wir wohl noch nicht hin, da haben wir aber wohl auch so ein paar Pokémon-Trainer, Geheimnis-Scheiß-Teile und so. Ich habe eben schon mal versucht zu angeln, hat eigentlich auch ganz gut gedauert, äh gedauert, hat eigentlich ganz gut geklappt, nur irgendwie, ja, war es nicht so ein tolles Pokémon, aber egal. Der Arena-Leiter dieser Stadt ist auf dem Hügel zu finden. Beim Fahrradrennen mag ich vielleicht gegen ihn verloren haben, aber dafür versuche ich jetzt mit Pokémon-Kämpfen mein Glück. Hä, wenn der Arena-Leiter ist, wird der den doch genauso da fertig machen, aber egal. Oh, guck mal, die sieht voll asiatisch aus, die kleinen Tosse. Wenn man ein Pokémon mit einem Item ausstattet und es anschließend mit einem Freund tauscht, macht man ihm damit ein zusätzliches Schenken. Ach nein, ist ja nicht irgendwie logisch oder so. Es gibt übrigens auch Pokémon, die sich beim Link-Tosch mit Freunden entwickeln. Weiß ich schon. Da habe ich schon eine coole Gesch- Oh, danke. Da hatte ich nämlich auch eine coole Geschichte. Ich hatte damals so ein Kadabra oder so. Das habe ich bis auf Level 100 trainiert. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, boah, wieso entwickelt sich das nicht? Ich habe mich richtig aufgeregt und so. Und da habe ich schon gefragt, hä, wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Was läuft da falsch? Was ist das? Und dann habe ich das mal irgendwann gelesen, dass man das tauschen muss. Weil früher habe ich ja Spiele so noch gespielt, dass man eben nicht nachguckt, wie was funktioniert, sondern dasselbe rausfindet. Und das war dann ein bisschen scheiße. Wenn ich beim Angeln an einer Stelle kein Glück habe, versuche ich es eben woanders. Und wenn eine Attacke nicht richtig wird, probiert man eben eine andere aus. Ist doch mit allem im Leben so. Wenn etwas nicht so klappt, wie man sich das vorstellt, muss eben eine andere Herangehensweise her. Ach, philosophisch. Wie süß. So, was haben wir denn hier? Relieverer. 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 Ah. Wie gemacht für ausgelassene Spaziergänger. Sexy. Okay, da haben wir die Arena. Da ist ein Fahrradschuppen. Aber ich möchte mich umziehen. Ich möchte einen geilen Laden für Kleidung. Mann, wo sind die denn alle, die sexy Boutiquen? Warte, ist das eine Boutique? Da ist eine Boutique. Wenn die mich jetzt auch rausschmeißen, weil ich nicht so stylisch bin, dann rieche ich mich aber auf. Hi. Guten Tag. Äh, das wäre jetzt gar nicht komisch. So, skinny Jeans. Oh, die Jeans sieht voll geil aus. Die will ich haben. Ja. Dank. Das Oberteil sieht scheiße aus. Die Schuhe, naja. Ich bin doch nicht so komisch schlief. Ups, nein. Wobei, der Packer sieht eigentlich voll cool aus. So die ganze Zeit so bauchfrei. Zwei-Farben-Jeans. Wieso zwei Farben? Die sind einfach nur grün. Oh Gott, die sind auch hässlich. Die Schuhe. Da fand ich die roten irgendwie cooler. Ach, das Tanktop ist hübsch. Oh, sowas möchte ich auch anziehen irgendwie. Ja, grüne Socken zu pinken Schuhen. Ernsthaft? Das ist ja mal ekelhaft. Ich glaube da nämlich doch die Schuhe, weil die sind am stylischsten aus von denen hier. Äh, was haben wir hier? Was ist das denn? Oh, eine Handtasche. Okay, von mir aus. Boah, die ist auch voll teuer. Oh, ja, hallo. 8000 Euro für eine Handtasche. Das ist bestimmt so Gucci hier und sowas. Flügelsonnenbrille, ja, die Sonnenbrille ist doch gar nicht so übel. Aber der Hut ist auch nicht so übel. Oh ja, doch, der sieht schon ein bisschen komisch aus. Was ist das denn hier? Achso, da kann man gar nicht auswähren. Das auch nicht. Na super. Gut, dann ziehe ich mich doch gleich mal um. Direkt mal neue Sachen anziehen. Das mache ich irgendwie auch immer. Aber wenn ich so shoppen gehe, da ziehe ich immer direkt die Sachen an, die ich gerade gekauft habe. Weil ich dann immer denke, oh, das sind die geilsten Sachen, die ich habe und so. Popkappe, kann ich ja mal kurz gucken, wie die aussehen würde. Hässlich. Boah, die ist ja mal richtig hässlich. Pottenhässlich. Ich glaube, ich nehme aber die Schirmmütze. Weil die erinnert mich irgendwie immer an diese Marley von Glee. Einfach, weil es cool ist. So, was ist das denn hier? Ach du Scheiße. Gott, das sieht ja mal richtig bitchig aus. Muss man einfach mal sagen. Und das? Naja, das sieht auch komisch aus. Kenny Jeans. Die finde ich geil. Yeah. Guck mal, wie stylisch das aussieht. Ah ja, das Ensemble finde ich eigentlich auch schön. Nur, naja. Die grünen Socken. Oh, die sieht man hier in einem Outfit auch natürlich voll gut. Hallo. Ich trage irgendwie immer Kniestrumpf, ist mir immer aufgefallen. Straßenschuhe. Oh nee. Lila Bar. Ach so, bitte. Sind das die, die ich gekauft habe? Ich glaube schon. Das passt irgendwie nicht zu einem Oberteil. Aber egal. Ich weiß, ich mache gerade wieder so unnötige Scheiße, aber irgendwie finde ich es lustig. So, hier mal alles durcheinander. Das ist doch eigentlich ganz nett. Und die hier. So. Ja, ist doch eigentlich ganz nett, oder? Ja, komm. Wir ziehen uns einfach mal so um. Finde ich gut. Oh, Stylish-Rolle. Ach, sieht doch gar nicht so übel aus, oder? Abgesehen davon, dass das eine Oberteil vielleicht ein bisschen freizügig ist. Bestimmt ist es so richtig kalt in Pokémon gerade. Und ich so, yeah, komm, ich schrei einfach Bauch frei rum. Yeah, cool. Vielleicht kommen wir jetzt in den Shop, ähm, bei Illumina City. Das wäre cool. Aber müsste man vielleicht erst mal gucken. Was ist das hier? Ich glaube, ich gucke mich jetzt gerade mal erstmal so ein bisschen um. Hier haben wir wieder ein Hotel. Herzlich willkommen. Bla, bla, bla. Okay, ich gehe direkt mal nach oben, weil ich glaube, die Leute haben hier wahrscheinlich nichts Besonderes für mich. Ich habe nämlich bisher noch nicht gemerkt, dass die Hotels irgendwas Sinnvolles für mich hätten. Aber ich rede mal kurz mit der Hausdame. Hallo und herzlich willkommen. Bla, bla, bla. Oh, man kriegt scheinbar doch was Sinnvolles. Okay. Ich habe eigentlich nur gedacht, hier wäre dieser komische Mr. Mittag, äh, Mittag, genau. Mr. Miteinander. Der ist irgendwie immer hier in diesen komischen Hotels. Einfach nur, um seine komische, oh, Kraft zu verteilen und so. Na, ist er wieder hier? Natürlich, wie soll das anders sein? Hey! Bla, bla, bla. Nein. In diesem Sinne, bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Kaufkraft. Braucht man sowas? Ah, okay, das erhöht das Geld, was man am Ende von Kampf kriegt. Okay, das ist interessant. Gut, es ist nicht so sinnvoll. Ich habe mir eher unter Kaufkraft vorgestellt, dass man jetzt vielleicht beim Einkaufen in so Läden oder so weniger Geld bezahlen muss oder so. Aber, naja, ansonsten ist es ja auch ganz okay, ne? Ich laber nur kurz mit den Leuten, ohne das wirklich zu lesen. Vielleicht haben die ja sonst auch irgendwas besonders für mich. Der Hololog ist ja auch nicht so interessant, finde ich jetzt persönlich. Ich rede gerne im Schlaf. What the fuck? Angst. Komische Frau. Also, meine Cousine hat mal bei mir gepennt und die hat gesagt, ich würde im Schlaf reden. Das fand ich irgendwie gruselig. Ich glaube aber nicht, dass ich sehr oft im Schlaf rede. Also, ich schnarche ja auch nicht. Also, bitte. Ich mag Leute nicht, die schnarchen. Also, was soll jetzt nicht heißen? Du schnarchst? Ey, da bist du ja mal voll scheiße. Dich mag ich nicht, wir werden die Freunde sein. Oder so. So, ich komme damit einfach nicht klar. Ich kann ja nicht schlafen, wenn irgendjemand neben mir schnarcht. Also, das mag ich nicht. Ist das ein Kaffee? Ist das ein Kaffee? Oh, wie süß. Hallo. Gäste, die ihre Pokémon herzeigen wollen, lieben unser Kaffee, wirst du auch uns beehren? Aber bedenke bitte, dass der Preis je nach Sitzplatz variiert. Ja. Äh. Ticket, Ticket. What the? Ernst, darf die übertreiben wollen mit ihren Preisen? Egal. Ich habe gerade Geld. Ich kann mir was leisten. Toll. Jetzt sitzt nicht mal jemand mit mir da. Die Spezialität unseres Kaffee, der Spezialsaft. Lass es dir schmecken. Nö. Hallo, ich bezahle schon 5000 Euro für die Terrasse. Da gebe ich nicht noch Trinkgeld. Wo haben die immer mit ihrem Trinkgeld? Ja, toll. Jetzt wäre meine Pokémon bestimmt noch geheilt. Ich dachte wenigstens, ich kriege hier so etwas Cooles geboten. Oder hätte so ein sexy Date, dass dann nachher so ein heißer Typ einfach so vorbeikommt. Oh mein Gott, das ist ja mal voll schlimm. Wee! Ey, was war das? Was? Was hat das denn jetzt gebracht? Dass ich mir einfach geheilt, dass ich das Pokémon zeige. Das fand ich jetzt irgendwie komisch. Ja, tschüss. Also, dass die Frau hier erstmal alleine sitzt. Und ich sitze auch alleine da. Wir bezahlen voll viel Geld dazu sitzen. Und dann sitzen wir im Endeffekt doch nur alleine da. Also, was nützt das denn bitte? Hallo. Was, der Item soll ich für meinen Pokémon geben? Soll ich Erde ihre Stärken weiter ausbauen oder versuchen, ihre Schwächen auszugleichen? Keine Ahnung, Bitchi. Ich werde so lange trainieren, bis ich die Spitze des Turms der Erkenntnis erreiche. Dazu muss ich aber natürlich zuerst Nino, den Arena-Leiter dieser Stadt, besiegen. Okay, dann sollten wir uns vielleicht auch mal diesbezüglich aufmachen. Die Arena ist, glaube ich, hier auch direkt in der Nähe. Ist das nicht die Arena? Ne, ich glaube, da hype man sich, oder? Keine Ahnung. Ich verwichse das irgendwie immer untereinander. Ne, das ist es nicht. Aber vielleicht sollten wir in meinen Fahrradshop gehen, weil das ist bestimmt auch nicht so schlecht. Und dann Rainer. Oh, 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 willkommen! Immer schön reinspaziert. Na, das nenne ich aber perfektes Timing. Du bist unser 10.001 der Kundin. Wärst du Nummer 10.000 gewesen, hättest du ein Fahrradgeschenk bekommen. Da du nur ganz knapp an diesem tollen Gewinn vorbeigeschrammt bist, bekommst du eine zweite Chance. Ach, du Kacke. Gibt es Fahrräder auch in verschiedenen Farben? Nein, da hinten hängt so ein gelbes und ein grünes, aber natürlich gibt es nur eine Farbe. Oh Gott, wie unnötig. Richtig, ich bin mir sicher, das Fahrrad wird bei dir am besten End sein. Du liegst Fahrräder. Ja, augenscheinlich nur, weil ich weiß, dass es die in verschiedenen Farben gibt. Oh Gott, das ist so eine schwere Entscheidung. Was ist bei dir Entscheidung meines Lebens? Grün. Ein grünes Fahrrad. Toll, viel Spaß beim Rumdüsen. Danke. Okay, das ist ja jetzt eigentlich unnötig, weil wir schon Inliner haben, aber was soll's. Gut, dann lass uns doch mal weitergehen. Ah, die Wirkung von Zuneigungsblabla schickt. Okay, äh, waren wir hier schon drin? Ich habe keine Ahnung, ich vergesse das irgendwie mal. Ich bin so vergesst nicht. Hallo. Hallöchen. Na, wie wäre es mit einer erholsamen Massage für dein Iger-Igersternisch? Na fein, dann will ich gleich mal loslegen. Oh, was bringt das jetzt bitte? So, die Massage hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Das Pokémon ist dir jetzt wohlgesinnt. Aber das ist wahrscheinlich, um die Beziehung zwischen den Pokémon irgendwie zu verbessern oder so. Eine Massage öffnet die Türen zu den Herzen der Pokémon. Da mögen sie ein gleich viel mehr. Ja, es gibt ja so spezielle Pokémon, die sich nur entwickeln, wenn die die höchste Zuneigungsstufe haben oder so. Und joa, so weit halt. Dann könnte man nämlich auch unter anderem so eine Massage machen. Also, ist wahrscheinlich ganz hilfreich. Äh, was ist denn hier so? Kann ich dich vielleicht ein Fernleichtsratsspiel begeistern? Gut, dann fangen wir an. Mit welchen dieser drei Bärensorten halbt man für gewöhnlich Verwirrung? What the fuck, will ich das wissen? Bingo! What the fuck, einfach nur Grappen. Die Attacke an Geberei erhöht ja bekanntlich den Angriffswert des Ziels. Aber welches der folgenden Statusprobleme bekommt es dazu verpasst? An Geberei. An Geberei. Verwirrung meine ich, oder? Ding, 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 ding. Vollkommen richtig. Oh Gott. Alles nur geraten, aber okay. Mhm, ja. Äh, erhöht sich dessen Angriffswert. Die dabei entstandene Verwirrung wird durch die Persenbäre geheilt und das Pokémon mit dem erhöhten Angriff bla 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 bla. Oh Gott. Kompliziert, ganz viel Taktisch. Das mag ich nicht. Wie? Geh weg. Hilfe. Ich meine, es war ja schon Glück genug, dass ich das überhaupt lösen konnte. Hi. Die Kalos-Region ist einfach riesengroß. Sie ist so riesig, dass es sogar drei Versionen des Pokédex braucht, um sie komplett abzusacken. Wow. Übertreibe einfach. Manche Dinge können Pokémon besser, andere Aufgaben wiederum befettigen Menschen besser. Wenn sie ihre Stärken kombinieren, können sie gemeinsam große Dinge erreichen. Oh, wie süß. Nein, ich kämpfe jetzt nicht mit dir. Hab keine Zeit. Ja, das geht. Ähm, okay. Warte, was holen wir noch machen? Was darf ich? Ach, hier rennt schon wieder in den Klamottenladen rein. Das war irgendwie klar. Ich bin manchmal so schlau. Äh, war ich hier schon? Äh, äh, äh... Pff, ne, ich glaub, ich war hier nicht. Ich war nur daneben in einem komischen Café drin, aber hier war ich nicht. Ach doch, natürlich war ich hier. Mensch, das kennen uns. Und jetzt wird schon wieder zu Kämpfen herausgefallen. Mann, ich glaub, das nächste Mal mach ich einfach das Internet aus, weil scheinbar wird ich doch wieder mit der Scheiße zugespampt, ey. Basis. Ich mag Basis. Äh... Was? Es ist ein tolles Gefühl, über den Hololock immer die neuesten Informationen zu erhalten. Kriegt das überhaupt was? Kann man selber diesen komischen Hololock da benutzen? Ich hab keine Ahnung. Was? Kommt der denn da auf einmal her? Ja. Was machst du, Lia? Das Fahrradrennen ist bereits gelaufen. Ich hab übrigens den ersten Platz gemacht. Tut mir leid, dass du es verpasst hast. Hier, du kriegst von mir als Trost die VM-Stärke. Wenn du eines deiner Pokémon davon Gebrauch machen lässt, kannst du fortan große Felsen in meiner Seite schieben, die dir im Weg stehen. Oh, thank you very much. Bäh-hooo. Cool. Danke. Und die Attacke außerhalb der Kämpfe anzuwählen, brauchst du allerdings erstmal einen Arena-Orden. Ich hörte in der Pokémon-Arena auf dich. Schau einfach vorbei, falls du Lust hast. Ja, wo könnte denn der jetzt hin? Ach so, da gibt's noch einen anderen Weg. Okay. Das ist verwirrend. Äh, wieso ist die Arena in einer Höhle? Das ist irgendwie merkwürdig. Oh, egal. Wieso nicht? Oh, guck mal, die ist ganz bunt. Sieht so aus, als ob da so Smarties in den Steinen drin wären. Cool. Hi. Sei gegrüßt, Okunflieger-Champ. Oh, der erfasst das einfach hier erstmal so. Okay, Gestein, die sind unter anderem ein Nachteil gegenüber Stahl- oder Wasser-Pokémon. Ah, okay. Dann weiß ich Bescheid. Da müssen wir also unser Shiggy an erster Stelle stellen. An erster Stelle stellen. Ha, ha, ha. Ähm, damit wir in dem Kampf gut klarkommen können. So. Das müsste ja eigentlich kein Problem sein. Oh, solche Wände fand ich immer voll cool damals. Die gab es doch immer an so Spiel-Dinges. Wo man zeigt, in so komischen Spielparks. Die fand ich immer so cool. Aber irgendwie durfte ich das nie machen. Mein Vater hatte immer Angst, dass ich runterfalle. Ha, ha, ha. Fand ich voll gemeint. Trainerhoffnung. Little me. Keine Ahnung, was das virtuell ist. Ach, das Hässliche. Iiii. Ist ja ekelhaft. Arrogant, arrogant, arrogant. Und so. So, jetzt geht die Scheiße mal weg. Und das doofe ist, dass ich nur 20 AP bei dieser Attacke hab. Und deshalb wird's ein bisschen problematisch. Hier komplett alle Teile davon. Wie die übersch... Ach nee, das hatte ich ja. Wenn er die Attacke übersteht. Mann. Wo der dann nur noch eine einzige KP überschreibt. Und der Kampf dann extra noch eine Runde verlängert wird. Das ist voll scheiße. Egal. So. Bye, bye. Tschüss. Tschüss. So, voll viel Erfahrungspunkte. Cool. Ist jetzt online. Biss ja nicht so, dass er eben schon online war. Aber das hab ich, glaub ich, schon mal gesagt. Mich schnervt das irgendwie, wenn ich mein DS zuklappe. Dass dann die Online-Verbindung einfach mal eben so weg geht. So, bye, bye. Das ist schon ein bisschen Scheiße. Hey, wieso war das nicht effektiv? Hä? Ach, das ist auch so ein Scheißvieh. Okay, das scheint auch Wasser zu sein. Dann nehm ich doch einfach mal... Ach stimmt, ich hab das Elektro-Teil gar nicht mehr hier. Aber deshalb hab ich so ein... Dieses Teil, was ich über Tausch gekriegt hab. Das ist, glaub ich, Elektro-Pfee oder so. Und da ich ja unbedingt ein Fee-Pokémon haben wollte, ist das eigentlich total praktisch, diese Kombination für mich. Und joa. Deshalb halt ich vor, das einfach mal im Kampf zu benutzen. Vielleicht wird das auch offiziell bei mir übernommen. Also in, äh, mein Team. Nur ich weiß es jetzt noch nicht zu hundertprozentig. Donner-Blitz müsste eigentlich ne richtige Attacke sein, oder? Yeah, that's it! Wooo! Effective! Bye, bye! Ich fand dieses Teil irgendwie immer voll hässlich. Das ist dieses Alli-Blabla. Keine Ahnung, wie das heißt. Aber ist ja egal. Oder Rally? Rally-Cunt? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Ich und die Namen der Pokémon. Nein, nein, das ist ja keine gute Kombination. Was ist denn hier? Bringt das was? Ach, ich komm... Komm ich nicht von da? Nein, ich komm nicht von da. Toll! Ich hab jetzt schon vergessen, dass ich nicht von da komme. Das ist natürlich schlau. Was ist das denn hier? Oh Gott. Sieht ja mal nach Mystic Shit aus. Boah, hier ist voll der geile Wasserfall. Und hier kann ich hin... Kann ich mich hier hinsetzen? Oh, wie hübsch! Wie hübsch! Hahaha! Oh Gott. Ich raste manchmal einfach aus. Ich weiß auch nicht. Das kommt einfach manchmal vor. Ich kann da nix für. Jetzt sind wir hier schon wieder am Anfang. Ja, geil. Das hat's ja jetzt mal total gebracht. Egal. Geben wir jetzt noch mal den Weg hier hin. Dann wissen wir jedenfalls, wo wir dann rauskommen, wenn wir da lang gehen würden. Also nicht mehr hier runter, sondern vielleicht mal hier hoch oder so? Hallo? Ich sag dir hier hoch. Manche Skin aus. Toll. Das hat sie jetzt total gebracht, dass ich in der Wand hängen bleibe. Yeah, cool. Danke dafür. Dann gehen wir halt eben links. Und dann müssen wir vielleicht endlich mal weiterkommen. Aber ich glaube, das ist gar nicht mehr so weit zu diesem Arenaleiter. Weil gerade am Anfang sind diese Passagen, wo man sich hier wirklich ein bisschen bewegen muss, erst mal sowieso sehr kurz. Also no problem. Hier müsste man dann eigentlich auch wieder so ganz locker runterkommen. Was ist hier? Noch ein Trainer. Oh, das war jetzt gar nicht klar. Aber gut, dann würde ich sagen, wir beenden jetzt bei dem Part. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.